Hallo und herzlich willkommen auf MOXCOUT, deinem Kanal für interessante LEGO Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemborstein. Heute, wie angekündigt, kommt das B-Modell zu 31104 von 2020, dem Monster Burger Truck. Hier seht ihr nochmal das A-Modell und hier unten unter dem 3&1 Logo seht ihr das B-Modell. Also, hier haben wir unseren kleinen Truck. Wir schauen uns den erstmal von allen Seiten an. Von der einen Seite, von vorne, von der anderen Seite. Das ist ein sehr kompaktes Auto, deutlich kompakter als der Monster Burger Truck. Hinten seht ihr eine Heckklappe, die auch funktioniert. Da gibt es dann den Zugang zum Laderaum. Der ist sehr groß dimensioniert. Es gibt nur an den Seiten eben diese grünen Bögen, die direkt zu den Rädern führen, also so eine Art Radkasten, was das Risiko birgt, dass bei der kleinteiligen Ladung da gerne mal was rausfällt und das Rad blockiert. Von daher würde ich euch empfehlen, packt da was Großes rein oder klippt es fest. Von daher solltet ihr dann keine Probleme kriegen. Wir haben hier relativ viele freie Noppen auf dem Set. Vorne, hinten und oben. Da würde ich, also da würde es bei mir sofort klingeln, da noch irgendwas zu ergänzen. Irgendwas mit einer Abdeckung hier oberhalb des Führerhauses oder noch irgendwelche verrückten Details, die man hier ergänzen kann. Das Set bietet sich ja an dafür. Es ist so ein bisschen abgefahren, auch mit dem abgefahrenen Typen hier, der das fährt. Mit diesem Burgerbrater, das finde ich nach wie vor eine der coolsten Minifiguren. Und zum Beispiel hier noch irgendwelche coolen Spiegelteile ranzuklippen. Irgendwelche Plates, die das Ganze noch mehr nach Spiegel aussehen lassen. Oder vorne auf den Kühlergrill noch irgendwas drauf zu machen, dass man den noch irgendwie monströser macht. Also da gibt es alle möglichen Ideen. Oder hier an der Seite noch das ein bisschen ausführlicher machen mit dieser Trittleiter. Gibt es einen Haufen Ideen, was man hier machen kann mit diesem Set, beziehungsweise diesem B-Modell. So, es ist nach wie vor super stabil als Auto. Es fährt toll. Also ich finde, dass mit diesen Rädern funktioniert es super. Also zum Spielen ist es super geeignet. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen besser geeignet zum Spielen als der Monster Burger Truck, der einfach doch deutlich höher war und dadurch nicht ganz so stabil war dagegen, wenn man mal rangekommen ist. Also das Auto hier sitzt einfach noch mal viel, viel besser auf der Straße. Also als Spielzeug ist das ein echter Tipp. Genau. Also nochmal zu den Creator 3 in 1 Sets. Ich finde, die Creator Sets sind super Sets, um zu lernen, kreativ mit Legosteinen zu bauen. Gerade wenn man mal vorhat, sein eigenes Mock irgendwann zu designen. Das hat den Vorteil, diese Creator Sets, dass man mal lernt, mit ein bisschen weniger Teilen auszukommen. Denn nur irgendwelche Hundertschaften an Teilen in irgendein digitales Set reinzuknallen, was dann hunderte Euro kostet und man es dann sowieso nicht realisiert, bringt nicht so viel. Ihr lernt viel mehr, wenn ihr tatsächlich mit weniger Teilen arbeitet, mit Teilen, die ihr in eurer Kiste findet. Und da ist es gar nicht so entscheidend, wenn dann mal eine Farbe nicht so stimmt. Ihr könnt das Teil dann, wenn das Mock wirklich gut ist, auch mal in der richtigen Farbe nochmal nachkaufen. Aber ihr lernt einfach ökonomischer zu arbeiten und nicht so viele Teile rauszuhauen. Weil nur ein Set mit vielen Teilen ist nicht automatisch gut. Das zeigt ja auch die Lego Ideas Geschichte. Da ist es limitiert auf 3000 Teile und das finde ich sehr, sehr gut, weil sonst würden diese Mega-Mocks mit zigtausend Teilen da ständig absahnen, was natürlich nachher keiner bauen und keiner bezahlen kann. Also, schaut es euch an, schaut euch die 3 in 1er Sets an. Es gibt ein paar richtig coole. Das ist eins der cooleren, wenn es um Autos geht. Und ich finde gerade das Modell gefällt mir mindestens genauso gut wie das A-Modell der Monster Burger Truck. Es hat ein bisschen weniger Buntheit im Fahrwerk. Man sieht natürlich unten sieht man mehr Buntheit, ist klar. Aber so seitlich finde ich es ein bisschen stimmiger farblich. Und ja, es ist ein tolles Spielzeug. Und daran hat man auch noch länger Freude. Ich hoffe, ich komme bald noch dazu, euch mehr Mocks zu zeigen. Wir sind im Moment noch bei den Lego Sets. Es sind so ein paar kleine Sets noch bei mir eingeschlagen, aufgeschlagen. Und jetzt steht noch die 31097 an. Und dann geht es weiter mit den Lego Modulars. Da möchte ich noch durchkommen, bevor ich zu meinen Mocks komme. Und dann geht der Fokus vor allem auf Mocks. Und das wird hin und wieder mal nur ein aktuelles Lego Set geben. Je nachdem, was so kommt. Und wenn natürlich jetzt Lego unerwarteterweise jede Menge tolle neue Sets rausbringt, dann werde ich euch die natürlich vorstellen. Also was mich interessiert, wird hier kommen. Das mit den Fahrzeugen jetzt in der letzten Zeit, dass jetzt da ein paar Fahrzeuge kamen, war eher die Ausnahme. Das waren einfach Sachen, die mich schon länger mal interessiert haben und die ich jetzt einfach mal ausprobieren wollte. Aber prinzipiell wird es bei mir eher Gebäude geben. Und dann natürlich auch jede Menge Gebäude Mocks. Also ich freue mich, euch demnächst wiederzusehen. Und wenn euch der Kanal, wenn euch die Videos gefallen, dann, wenn ihr Lust habt, abonniert ihn. Und bis zum nächsten Mal auf Mockscout.